Hallo, grüßt euch. Hier ist der Franz. Ich mache jetzt einen Rundflair bei den Bäume pflanzen. Und hier ziehe ich den Rest mal aus. Und diese Mods. Und ich bin mal gespannt, wie das dann so geht. Ich habe hier drüben schon ein Stückchen gepflanzt. So wildkürlich auch ein bisschen im Weg rein. Weil ja oft gesehen habe, wenn ich spazieren war oder so. Da freue ich mich ja auf der Natur auch die Elmchen gepflanzt. Danke. Man muss auch bei der Karte hier auch gar keine Felder kaufen. Wie ich jetzt habe gesagt, ich muss Felder kaufen auch. Und ich habe jetzt meine eigene Karte hier noch Papier. Die Karte ist ausgesucht. Weil ich das Fett und alles super wäre es eigentlich. Nur mit einer Art. Also dann auch, dass da eigentlich einige Konzepte sind. Und das ist dann absolut gut. Ja. Ich habe jetzt auch ein Karte im Gran zu spielen. Ob lange bis hoch hinsprechende Karte zu tun gibt. Was ihnen zum Ernten. Ist ja zeitaufwendig auch. Aber macht ja auch Spaß. Hat ja eigentlich viel auf dem Spiel. Klar, ein Fabrizzi mehr Zeit mit Mods suchen. Als wie zum Spielen. Aber. Ist halt so. Natürlich ist es auch viel auf dem Spiel. Auch auf dem Spiel. Auf dem Spiel. Auch auf dem Spiel. Auch auf dem Spiel. Auch auf dem Spiel. irgendwie Cl overeihalten. Also wenn man immer mit Neverk first vie und überhauptw Umm. Immer sohn nach Karte. Ja. Wir behalten auf dem Spiel. Ich kann nicht das natürlich hören. Ich kann ja noch se ます auf dem Spiel an Woolern ran und� Hals Environmentaluelle. Ihr könnt ihr euch gleich anschauen. Aber besser. Aufweichen Ach na, auch so zu gut Und wenn man jetzt die Bäume auflädt, wo sind die Gitterboxen? Und wenn man jetzt die Bäume auflädt, wo sind die Gitterboxen? Und wenn man jetzt die Bäume auflädt, wo sind die Bäume auflädt, wo sind die Bäume auflädt? Oh, das ist so fast. Das ist ein Barsch. Und hier auch wieder mal die Heizung. Schauen wir mal die Bauer ab. Wir haben den Traktor. Wir haben den Traktor geäußert. Wir haben die Bauer. Fahrvollzwelle arbeiten. Die Sackett. Wir haben den Traktor. Auch Traurigkeit. Die Bauer übersehen. Wir haben den Traktor geäußert. Wir haben den Traktor geäußert. Wir haben den Traktor geäußert. Wir haben die Traktor durchrucksen können. Wir haben gerade noch nicht die Traktor geschaut. Wir haben die Traktor geäußert. Wir haben die Traktor geäußert. Das Original her, das fahrt so einfach aus. Und das Startkapital hatten wir da. Oh, jetzt passiert das. Wir haben aber keinen Baum, wo wir angeschlossen sind. Oh, jetzt passiert das. Wir haben aber keinen Baum, wo wir angeschlossen sind. Das ist ein Baum, wo wir angeschlossen sind. Wir haben einen Baum, wo wir angeschlossen sind. Wir haben auch einen Baum.